und Ilseleit erneut worden nur nur und kurz eine Wurzelteltes der ist hat nur ein Stück ungenutzt es gibt ich gebe dir ein Stück auf dein Herz er ist verhältlich Warte doch mal! Kommst du mit Kritik nicht klar? Nicht mit Gesungener! Mann, 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 ihr Kulturbannhausen, ey! Das für alle ist das Problem, dass du so gesungen hast, also dass du sie gesungen hast. Nicht, dass sie so gesungen ist, so allgemein. Warte mal, ich weiß ja nicht, wie du heißt, ja, aber du, wenn du mir nur einmal ins Schussfeld läufst, zieh ich einfach weiter durch, ist das klar? Ich heiß wirklich Glenn! Benjamin! Ich heiß wirklich Glenn! Benjamin! Benjamin! Kurz Ben! Ne, nicht du! Der andere! Ich hab dich doch grad geflamed! Ach so, du wirst es zu sehen! Wer hat grad auf mich geschossen? Cha-Cha! Was? Wo? Boop! Bang! Müssen wir hier hoch? Ja! Oh! Parkstock! Ne Chrom Shotgun! Wer braucht denn sowas? Jetzt Call of Duty! Scheiße, jetzt hab ich meine Machina weggeworden! Call of Duty Spieler! Also ehrlich, ne Shotgun und was gibt's dazu? Ne Chrom Shotgun! Hä? Na ja, ich hab das Gefühl, die macht mir Wumms! Hm... Halt die G3! Die G3! Okay! Nehm ich ja auch ein... Ähm... Battlefield! Ja, halt die Fresse! Da hast du mich bestimmt 30 Mal mit Apfel geknallt heute! Hehehe! Wie oft ich G3 A3 lesen musste! Ernsthaft! Sorry! Lies es halt nicht! Ich wusste auch! Zwingt dich doch keiner das zu lesen! Doch! Der Quotenschwarze geht vor! Wo müssen wir eigentlich lang? Da drüben? Okay! Hier! Ich kenn doch die Maps nicht mehr! Weißt du wann ich das letztes Mal Battle... Äh Quatsch! Left 4 Dead gespielt habe? Oh! Boomer! Battlefield? Fuck! Meine Damen und Herren, der neue Battlefield Mod! Zombie Mod! Ja, genau! Wieso wär eigentlich? Du? Alter, wie viele kommen denn da noch? Ja, ich wurde vom Boomer erwischt! Tut mir leid! Juhu! Boah, Alter! Weißt du was das Schöne ist? Wenn ich kann dich auslachen! Warte mal! Ist es klar! Ja, hat echt nichts zu tun! Auf einmal alle auslachen! Immer auf den Schwarzen! Wenn ihr weiter macht, schieße sich die nächste Witch an, die uns in den Quere kommt! Munition! Oh endlich! Und einen roten Kanister! Ja, brauchen wir nicht! Aber ich will ihn benutzen! Na ja, meine... Musique! Ich hab's gleich noch! Ich hab's grad noch! Nur! Wieso? Ich bin gehst nicht! Dann ich hab's wohl auch noch mal! Das war noch ein Fall! Ich hab's vorher getötet! Ich hab's schon gesagt! Ich hab's schon gesagt! Ich hab's schon gesagt! Eier, was heißt Burn, Burn, Burn In a Rating of Fire Hier gibt's Laser Zivisier Upgrade, wenn das jemand haben will Hier liegen Splitterranaten Kettensegel Jungs, hier liegt Splitter Munition Wo, wo war ich eben bei Texas Chainsaw Massacre? Ja, das war Asi, die Spuckattacke war ekelhaft Ja klar, schwenken unten hier unten Texas Chainsaw Massacre Glaub ich schon an Tank, da kommt Tank Bühlt eine Asiate Und immer auf Mist, oh, danke Er hat schnell tot gewesen Ja, dank der Explosions Munition Auf Weiß ich nicht, wo's weitergeht, ich nehm mich nicht, ach da Oh oh, das hört sich grad stark nach Welle wieder an So mit Musik und so Boah Wo kommen wir diese, diese Feuer her, ehrlich Ah Oh Oh Ja gegen das hier ist das Texas Chainsaw Massacre ein Schein Scheiße, was ist das denn drin Ja Ja Aber ehrlich, hier brennt ja alles grade Ich war's nicht Gerade der, der sagt, ich war's nicht, der war's 100 pro Niemals, oh hier gibt's ne Gitarre als Nahkampf Gibt's ne Gitarre als Nahkampf Gibt's ne Gitarre als Nahkampf Jaja Mhh Müssen wir hier rein? Ja Abends Scheißhaus Gut, ist noch ne Spassro Und Super Gegner Ui Das hört sich irgendwie schon wieder nach irgendeinem besonderen Zombie an War's schon immer so dunkel hier? Mhm Kommen jetzt gleich ein paar Wellen, pass auf Hilfe Ja kommt schon, ihr könnt mich auch Leatherface nennen Leatherface Oh Boomer Woaaaa Ups Oh oh, oh oh Jetzt sind wir so richtig am Arsch Ich bin erfolgreich ausgewichen Fenix Das ist ne gute Schild am allmöglichen Scheiß Auf die Gegner, uns zu schnetzeln, ehrlich Schnetzelt nur auf die Teamkameraden, nein Oh oh Peter, soll ich dich vielleicht mal heilen? Oh nein Wer war das? Nein, Mann! Ich war das! Ehrlich, wir failen grad so hart Oh Oh Ehh Idioten! Hehehehe Wie er sich absackt Nein Fettel hat ihm heute aufgewiegelt Sag mal, wollte ich verarschen Wieso? Jetzt schon dreimal die scheiß Alarmanlage Aber wenn die wieder trifft, passiert sie jetzt wieder? Reloading Wie viele Gewinnerlare gibt's denn hier? Oh ja, ich seh nicht Wo ich durch die Zombie-Molten hinschieße, weil die Kugel geht da durch Sorry Ganz viele kommen Oh, Hunter! Danke Bitte Alter, jetzt... Wir G3, Freunde müssen ja zusammenhalten, ne? Hehehe Was rennt ihr da vorne weg? Reloading! Reloading here! Oh shit! Watch out! Oh, ich wollte die nächste Witch anschießen Jetzt nicht gegen das Auto schießen Ich weiß Witch Ich wollte doch die nächste Witch eh abknallen Weil er mich geflamed hat Hehehe Er sollt aber auch das Licht ausmachen, sonst... Oh, 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 oh... Solless ich nämlich auch Lauft weiter, ich will die Leiter hoch WTF? Mh, ich muss mal eine andere Klerer nehmen Mh, ich muss mal eine andere Klerer nehmen Naja, nimm lieber Maschinengewehr Peter, wollen wir dich vielleicht mal heilen? Ja, heil dich doch mal! Healin, cover me please Bevor du uns jetzt umfällst, wenn du am nächsten Angensturm He... Hehehe Da lachen wir doch noch einmal herzlich drüber, dann geht's weiter Äh... Nein! Das ist ja ne AK oder ne AEK AK Ich würde auch sagen, ne AK Ne AK-47 Ganz nach, äh... Äh... Nicht Call of Duty Vorbild, äh... Counter Strike Vorbild AAH Wer hat denn da drauf geschossen? Hörgeräutige Schwanzlutscher! So ungefähr... Und weh, jetzt schießt mir die eine an, der explodiert mir das Ding nämlich in der Pfote Oh... RELOADING! 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 TTFITIT-TTFIT! Gehen wir jetzt weiter? Ok! Ja! Nicht warten bis Rettung kommt! X достаточно! Komm, bestimmt gleich! Da kommt gleich ungefähr das Badgeal und dann ist die Sache gut Er kommt Helikopter nach! Ja genau, genau Dann... Abraham ist ein Scheiss RELOADING! Machete! Was machen Machete? Ganz ernst, den wollte ich schon immer mal gucken, aber ich war immer zu eizig, da 10 Euro rauszugeben. Machete, 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 machete. Mach da nicht, Michelle Rodriguez mit. Kennen wieder keiner. Was soll einer kennen? Michelle Rodriguez. Jockey. Ah, Jockey, 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 Jockey. Oh, scheiße. Achtung. Ja, wenn ihr mich nicht hättest. Ja, ganz ernsthaft. Ja, wollt ihr euch nicht mal Painkillers reinpfeifen? Hab ich doch schon. Nee, hieb ich. Nein, glaub ich nicht. Hä? Hatten wir jetzt die Painkillers gegeben? Ja. Ja, wer denn? Flatsch. Egal, haupteuerlust du genommen. Und hier liegt, hier liegt ein, hier liegt ein Darm. Hier lag grad ein Darm. Hier lag mehrere. Okay. Da liegen immer viele. Oh, Boomer. Oh. Gut. WTF. Muss eigentlich wirklich jeden töten mit dem Scheiß-Nahkampf-Macheten-Zeugs. Oh, oh. Smoker. Frage ist von wo. Scheiße, in den Schlussraum, da kommt ne Panik-Attacke. Reloading! Hey, wartet auf mich! Rein da! Ist hier jemand der reinscheißt? Komm, du kannst jetzt aufhören die letzte Lidia zu verteidigen, komm da rein jetzt! Ja, Entschuldigung, ich dachte ihr seid noch draußen. Ja, okay. Ich liebe es, ich bin vorher zuzumachen. Wie du einfach nur der größte Assi bist, Junge. Hauptsache ich bin sicher. Juhu! Wieder auf den Tank der meisten Tank. Ja, typisch, ey. Beim Tank macht er alles richtig. Spastig. Ich glaub, es ist auch nicht so gerne Pionierspiele bei Battlefield. Mh, damit ich Molotow-Kuckel schmeißen kann. Der will sich überhaupt keine Molotow-Kuckel haben. Ich hab überhaupt keinen Molotow geschmissen jetzt beim zweiten Tank. Das war ich eben. Ja, ich weiß. Wo weißt du denn das? Weil ich drauf geachtet hab. Was hast du drauf geachtet? Pass auf, was du machst. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.